Hallo, wir sind gerade im Rahmen unseres Projekttages beim Team United, wie man hier sehen kann. Die machen gerade den Blindenfußball-Workshop, da gibt es zwei Trainer, die haben diese Masken auf, um halt Blindheit zu simulieren und versuchen sich halt mit Hilfe ihrer Stimmen so ein bisschen zu orientieren und das ganz gut hinzukriegen. Wir sind gerade schon ein bisschen am Essen vorbereiten, weil wir im Anschluss an den Blindenfußball-Workshop noch ein kleines Turnier spielen wollen und im Nachhinein ein bisschen was essen werden. Ich bin zum Team United gekommen durch meinen Bruder und spiele jetzt hier seit knapp zweieinhalb Jahren. Und mein Bruder ist jetzt nicht mehr hier im Team, aber ich bin geblieben, weil es mir einfach Spaß macht. Ich finde das Team gut, die Stimmung ist gut. Dieses Konzept, dass Leute mit und ohne Behinderung und Handicap zusammenspielen, ist natürlich erstmal gut. Und es ist auch gut, es macht Spaß, es ist ein gutes Team, wir spielen gut miteinander. Und ich als Nichtbehinderter spiele wirklich gerne und bin gut aufgehoben. Und die Jungs, die vielleicht nicht so fit sind, die Hilfe brauchen bei Alltagsdingen, kommen beim Fußball trotzdem zum Zug und kriegen den Ball und machen ihre Tore. Und das ist ein sehr gutes Konzept. Und das macht Riesenspaß dann mit so Leuten zu spielen? Ja, macht Spaß. Also man sieht, die Leute sind alle motiviert, die ganzen Trainer, also es läuft gut, ist top. Ist super hier. Also ich bin der Tobi, bin der Kapitän vom Team United. Im Team United spielen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung zusammen Fußball. Und ich glaube, was uns ausmacht, ist der Teamgeist auf jeden Fall. Auch wenn wir mal verlieren oder gewinnen, wir haben immer Spaß, wir lachen auch immer. Und ja. 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 Und die Lea hat ein Tor geschossen, da war ich richtig stolz auf sie. Applaus für die Lea. Ihr vier. Jeder, der zu uns kommt, mit uns ein bisschen was macht und so viel Spaß hat, wie ihr mit uns jetzt gehabt habt, der kriegt auch was. Damit er uns immer auch im Herzen trägt und behält. Ohhhh. 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 Gehst du mal weg, Fabi. Du kriegst nichts, Fabi. Du hast schon was. Geht jeder von euch eine Tasse, ein Team United Schlüsselanhänger und unsere CD. Ja, sehr gut. Geht jeder von euch. 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 Geht jeder von euch.